Ja, das nächste Lied ist die Taschenlampe. Da habe ich ein bisschen dran geballt. Es ist wie ein Lied mit vielen Reimen. Ursprünglich war das mal nicht so. Ursprünglich wollte ich es einfacher haben. Und ich vergleiche, dass unser Leben wie eine Taschenlampe ist und dass wir möglichst viel das Licht entzünden sollen. Leben wie eine Taschenlampe, das ist so ein Gedanke. Lange genug brandet, es für ein schönes Leben landet. Gern einschalten und viel umiert. Ihr wisst, was mit dem Akku passiert. Seine Lebensenergie sinnvoll verliert. Akku, Lade, Reise eingehaucht. Die Energie irgendwie verbraucht. Besser stets, zwei ins Leben eingetaucht. Leben wie eine Taschenlampe, das ist so ein Gedanke. Lange genug wandte, es für ein schönes Leben landet. Für nicht gebraucht sich entscheiden. Viel schönes Leben wohl vermeiden. Ja, die Kontakte rosten und nicht leiden. Leben wie eine Taschenlampe, das ist so ein Gedanke. Lange genug wandte, es für ein schönes Leben landet. Betrachtet ihr Leben akkronym, wo jeder entscheidet anonymen. Ergeblich für Taschenlampe synonym. Und jedes Kind will gern walten. Die Taschenlampe stets einschalten. Ein fröhliches, schönes Leben gestalten. Mit Leuchten vor Dunkelheit schützen. Und uns gegenseitig unterstützen. Das wird wirklich alle nützen. Dankeschön.